Gedanke 6. Messbarkeit und Analyse in digitalen Pressemappen Die digitale Transformation der Pressemappe bietet nicht nur verbesserte Präsentationsmöglichkeiten, sondern auch erweiterte Analysefunktionen. Die Fähigkeit, die Nutzung und das Engagement detailliert zu messen, ermöglicht es Kommunikationsfachleuten, die Effektivität ihrer Inhalte präzise zu bewerten und anzupassen. Detaillierte Nutzungsstatistiken Digitale Pressemappen bieten die Möglichkeit, detaillierte Statistiken zur Nutzung zu erfassen, wie etwa die Anzahl der Aufrufe, Verweildauer auf einzelnen Seiten und Interaktionsraten. Diese Daten sind entscheidend, um zu verstehen, welche Inhalte am besten funktionieren und welche Bereiche verbessert werden müssen. Beispiel Ein Automobilhersteller analysiert die Nutzungsdaten seiner digitalen Pressemappe nach der Vorstellung eines neuen Modells. Die Daten zeigen, dass Videos zum Sicherheitssystem des Fahrzeugs die höchste Engagementrate haben, was darauf hinweist, dass Sicherheit ein Schlüsselfaktor für das Publikum ist. Anpassung basierend auf Echtzeit-Feedback Die sofortige Verfügbarkeit von Feedback durch Nutzungsanalysen ermöglicht es, Inhalte schnell zu optimieren. Anpassungen können in Echtzeit vorgenommen werden, um die Effektivität der Pressemappe kontinuierlich zu verbessern. Eine Universität veröffentlicht eine digitale Pressemappe zu einem neuen Forschungsprojekt. Nach der Analyse der ersten Reaktionen wird schnell klar, dass zusätzliche Diagramme und Daten benötigt werden, um komplexe Informationen verständlich zu machen. Die Pressemappe wird umgehend aktualisiert, um diese Anforderungen zu erfüllen. Integration von Feedback-Tools Um eine direkte Rückmeldung von den Nutzern zu erhalten, können digitale Pressemappen mit Feedback-Tools wie Umfragen oder Kommentarfunktionen ausgestattet werden. Dies nicht nur fördert die Interaktion, sondern liefert auch wertvolle Einsichten direkt von der Zielgruppe. Beispiel Ein Gesundheitsdienstleister integriert ein Feedback-Tool in seine digitale Pressemappe, das es den Lesern ermöglicht, Fragen zu stellen oder Kommentare zu hinterlassen. Dies hilft, ein direktes Verständnis für die Bedürfnisse und Fragen der Leser zu entwickeln. Die Messbarkeit und Analysefähigkeiten digitaler Pressemappen sind ein wesentliches Tool für die moderne Kommunikationsstrategie. Sie ermöglichen nicht nur ein besseres Verständnis der Zielgruppe, sondern auch die kontinuierliche Optimierung der bereitgestellten Inhalte, um maximale Wirkung und Engagement zu erzielen.